Je länger die Krise dauert, desto nervöser werden die Menschen und desto fundamentaler wird auch die Kritik an unserem demokratischen System. Wie stabil ist unsere Demokratie eigentlich und wie machen wir diese Demokratie fit für die Zukunft? Über all diese Fragen diskutiere ich mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strom, dem Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und mit Stefan Mayer, dem Chefreporter des Bayerischen Rundfunks und zwar in unserem neuen Format Blickpunkt Bayern, dem digitalen parlamentarischen Abend der Freien Wähler Landtagsfraktion an diesem Donnerstag 19 Uhr online.